19.00 Uhr zum Preview-Podcast vor unserem, ja, nicht richtung, war doch eigentlich schon richtungsweis, dann auf jeden Fall extrem wichtigen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Montagabend um 20.30 Uhr vor, ich habe jetzt die PK noch nicht geschaut, vielleicht wurde da was gesagt, aber ich denke mal, dass die Bude so ziemlich ausverkauft sein wird. Vielleicht noch ein paar Resttickets, aber an sich würde das Ding, glaube ich, wie der HSV ja auch, ausverkauft sein. Und ja, es ist einfach die Möglichkeit oder einfach der Zwang, an Bielefeld dran zu bleiben, beziehungsweise aktuell noch eher sich ein bisschen mehr Raum oder halt den HSV nicht rankommen zu lassen oder vielleicht sogar nach Heidenheim. Vierter Heidenheim 38 Punkte, dritter Hamburg 41 Punkte, wir haben 44 als Zweiter und Bielefeld ist 6 Punkte weg mit 50 auf dem ersten Platz. Also sollte Bielefeld tatsächlich bei uns gewinnen, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, beziehungsweise, ja, es ist vielleicht doch eher ein bisschen mehr, einfach nicht hoffen, dass sie es tun, weil die ja auswärts ziemlich stark sind. Dann sind die halt, ja, dann kannst du denen gratulieren für den Aufstieg. Fertig aus, dann kannst du denen gratulieren für den Aufstieg. Ist leider einfach so. Dann kannst du denen gratulieren. Dann haben die 51, äh, 51, äh, 53 Punkte und sind weg. So, dann haben wir nämlich sieben Punkte auf, nee, jetzt habe ich davon eine Scheiße, neun Punkte, Abstand auf die, dass sie sechs Punkte spielen, dann sind die weg, wenn die gewinnen bei uns. Dann sind die aufgestiegen. Fertig. Und der HSV spielt gleichzeitig zu Hause gegen Jan Regensburg. Wir haben uns auch, ja, keine Glanzleistung, haben uns ein bisschen schwer getan, aber haben sie halt an sich verdient besiegt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der HSV jetzt nicht noch das nächste Spiel am Stück verliert. Ich glaube, er hat seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Ähm, also so eine kleine Minikrise, sage ich jetzt mal. Ähm, bei uns läuft sie eigentlich an sich gut, nur halt diese dumme Auswärtspleite in Fürth erinnert wieder ein bisschen böse an alte Zeiten. Ähm, deswegen gehe ich mir einfach davon aus, dass der HSV gewinnt. Na, wir sind wieder punktgleich mit uns. Heidenheim spielt zu Hause gegen Karlsruhe. Das ist auch möglich, dass sie gewinnen haben. Die 41 Punkte hängen immer noch drei Punkte. Oder hängen uns dann drei Punkte am Arsch. Sollten wir nicht, oder sollten wir verlieren. Na, also es ist eigentlich Sieg schon Pflicht, beziehungsweise darfst du auf jeden Fall nicht verlieren. Denn wenn du verlierst, ist der HSV wieder punktgleich mit dir und dann geht die ganze Schoße wieder von vorne los, haben wir ein besseres Torverhältnis und zack, sind wir auf Platz drei. Also das Spiel wird extrem, extrem wichtig. Muss auch eigentlich in der Leistungssteigerung kommen im Vergleich zu Fürth-Auswärts. Auch wenn man da sagen muss, dass halt die erste Hälfte alles andere als schlecht war. Du musst eigentlich 2-0 führen durch riesen Chancen, spätestens den Elfmeterbusch bekommen und dann 1-0 führen. Dann fängst du halt zwei Dome-Tore und dann war es am Ende so ein, böse gesagt, so ein Tim Walter-typisches VfB-Auswärtsspiel. Ist halt, ja, absolut scheiße gelaufen, wenn man dann auch noch vor Ort war. Doppelt-und dreifach nervig. Ich gehe jetzt hier mal ganz spontan die Saison von Bielefeld durch. Auswärtssieg, 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 Auswärtssieg. Zuhause, Unschieden gegen HSV, Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Dann haben sie mal mit Pauli verloren. Dann, das müsste ein Testspiel sein vermutlich, dann Auswärtssieg bei Pauli. Nee, das ist auch noch mal ein Testspiel. Unschieden auswärts, Auswärtssieg. Also, die haben bis auf dieses 3-0 in Pauli, wenn ich das gerade so überfliege, kein einziges Auswärtsspiel verloren. Und eigentlich auch an sich, so glaube ich, bis auf ein, zwei Unschieden alle gewonnen. Also, die sind auswärts unfassbar stark. Bielefeld ist auswärts echt unfassbar stark. Kann noch mal bei denen die Statistik reingucken. Vielleicht wird es mir so direkt gesagt. Heimserien, ja, keine Ahnung. Nee, also, reicht auch an Analyse. Die sind auswärts einfach schlicht und greifend stark fertig aus. Wir sind natürlich auch extrem heimstark. Wir hatten jetzt diese Pleiten gegen, was war das, Wiesbaden und Kiel. Und sonst haben wir alles gewonnen. Ich glaube, wir hatten zuhause keine Unschieden, haben wir alles gewonnen. Und auch so, wenn man jetzt mal durchgeht, jetzt mal letzten, gut, die Ortssiegspiele in Bielefeld, damals ja gewonnen gehabt, das 0-1 in der Hinnenserie. Der Lucky Punch von Al-Ghadoui, wo auch noch alles richtig flüssig lief. Und genau danach ging es los. Dann hast du gegen Wiesbaden verloren, gegen Kiel verloren. Hast dann kurz danach gegen HSV mit 6-2 aufs Fressbrett bekommen. Aber an sich, Gesamtbilanz, haben wir zwölf Heimsiege und Bielefeld sechsmal bei uns gewonnen und einmal Unschieden gespielt. Nee, wir haben zwölf Heimsiege, sechs Unschieden und die haben einmal bei uns gewonnen, Bielefeld. Also, aller Zeiten. Das geht hier bei, ähm... Dingsen, bei fußballdaten.de bis 1970 runter. Wenn man jetzt mal durchgeht, die Heimspiele. 2-16, 3-1, 0-0, 2-0, 2-2, 3-2, 1-1, 2-1, 3-0, 3-3, 1-0, 4-2, 2-0, 1-0. Und dann kommt diese eine Niederlage, 1982, 2-3 verloren. Also wir haben gegen Bielefeld zu Hause, ich berufe mich da immer gerne da drauf, haben wir eine verdammt gute Serie. Das sieht auswärts schlechter aus. Also da haben sie sieben Heimsiege, vier Unschönen, wir haben auswärts achtmal gewonnen. Generell 19 Siege, zehn Unschieden und neun Niederlagen gegen Bielefeld. Also da kann man so ein bisschen auf unsere allgemeine Heimstärke hoffen und halt einfach auf diese Serie, weil wir haben seit 1982 nicht mehr zu Hause gegen Bielefeld verloren. Waren noch einige Unschieden dabei, aber wie gesagt, zwölf Heimsiege, sechs Unschieden, eine Niederlage. Wir haben... Statistisch sind wir stark zu Hause gegen Bielefeld. Lass es mich so formulieren. Ja, das kann man halt immer nicht auf jetzt anwenden. Bei uns ist es sehr oft so beim VfB, mit unseren ganzen Serien da nach dem Motto Fürth seit Ewigkeiten nicht mehr gegen den erstigen Absteiger gewonnen. Zack, machen sie es. Die Serie hat sich auch weitergehalten, habe ich aus dem STR-Podcast gehört. Das ist in sehr... quasi chronologisch zurückgegangen in sehr vielen Duellen. Vorausgegangen zum Viertespiel auswärts. Die Auswärtsmannschaft nie ein Tor geschossen hat. Das hat sich weitergeführt. Und dass da immer Tore gefallen sind, hat sich auch so bewahrt. Also Statistiken, ja, will kein Trainer hören und bla bla bla, will auch niemand hören eigentlich, aber sie stimmen halt sehr oft. Deswegen kann man da so ein bisschen Hoffnung darin schieben, dass wir einfach offensiv, was heißt offensiv, zu Hause, viel, viel stärker sind als auswärts. Plus, hier seit Jahrhunderten nicht mehr verloren haben. Da kann man halt wieder das alte VfB leiten, das alte VfB-Bild mit rein. Dann jetzt erst recht, so nach dem Motto. So seit 1982 nicht mehr zu Hause verloren. Brechen wir mal die Serie. Das ist halt immer so ein Hin und Her, was Statistiken angeht. Wir müssen auf jeden Fall da oben dranbleiben. Wenn wir gewinnen, haben wir 47 Punkte, Bielefeld 50. Der HSV wird vermutlich auch gewinnen haben, die 44 Punkte, Heidenheim auch. Wenn alles so läuft, wie man es sich quasi erwünscht oder wie man es sich jetzt mal aus meiner Sicht aus auch erwartet, ändert sich quasi nach dem Spieltag nicht viel, außer dass wir drei Punkte auf Bielefeld dran sind. Da haben wir immer noch drei Punkte Abstand auf den HSV und immer noch sechs Punkte Abstand auf den vierten, auf Heidenheim. Und dann geht es die Woche drauf, auswärts nach Wiesbaden. Und ja, ich war damals echt getriggert von diesem Post vom VfB, mit diesem in Pauli-Punkt geholt, wo Bielefeld und der HSV verloren haben. Deswegen da auch nochmal. Ich glaube, Bielefeld hat 5-1 oder 5-2 gewonnen. In Wiesbaden, was der HSV gemacht hat, weiß ich nicht mehr. Auch in Fürth hat Bielefeld 4-2 locker gewonnen. Selbst Hannover hat 3-1 gewonnen in Fürth. Und da nehme ich mir immer gerne diese Vergleiche raus, nach diesem bescheuerten Post. Und dann, nächste Woche spielt dann am 13. März Kreuter Fürth gegen Hamburg, Freitagabends. Wir spielen Sonntag, spielt Kreuter Fürth gegen Hamburg. Hätte ich jetzt generell nichts ergeben, dass Fürth nochmal gegen einen, da ist ja kein Bundesliga-Absteiger, aber ein Bundesliga-Aspiranten gewinnt. Bielefeld spielt seit gleich zu Hause gegen Osnabrück. Und ganz ehrlich, ich habe langsam, bis auf die direkten Duelle bei uns auswärts und dann auswärts beim HSV, habe ich eigentlich keine Hoffnung, dass Bielefeld irgendein Spiel verliert. Weil die verlieren auch keine Spiele, in denen sie nicht gut sind. Hannover hätten sie verlieren können. Gegen Wiesbaden, ja, hätten sie nicht unbedingt verlieren können, aber wahnsinnig überragend. Aber sie gewinnt halt ihre Spiele. So einfach ist es. Die Spiele, wo sie gut sind, gewinnen sie überragend mit irgendwelchen 5-2 oder 6-0 gegen Regensburg zu Hause. Und die Spiele, die sie nicht so gut sind, verlieren sie erst mal nicht. Aber ich glaube auch eine Unschiede ist schon gefühlt ewig her bei Bielefeld, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber selbst die nicht so tollen Spiele gewinnen sie halt. Einmal mit 1-0 oder sowas gegen Hannover, zwei Wochen in Folge. 1-0 gegen Hannover, danach 1-0 gegen Wiesbaden. Also die sind jetzt auch nicht, die kommen jetzt gerade auch nicht mit einer überragenden Senationsphase und spielen überragenden Fußball gerade. Absolut nicht, aber das wird schon richtig, richtig wilder Ritt am Montagabend. Wie gesagt, ich kann jetzt nichts von der PK mit reinnehmen. Ist ja sowieso dann der von mir ausgesuchte, quasi interessanteste Schnipsel sowieso wieder drin. Soweit es möglich ist in dem Trailer, der auch diesmal, glaube ich, einen Ticken länger wird vermutlich. Einfach, ich glaube gegen KSC war mein Trailer auch einen Ticken länger, beim Heimspiel gegen HSV wird er auch einen Ticken länger werden. Einfach noch ein bisschen, bisschen mehr Hype als nur diese eine Minute reinnehmen. Für quasi einen, ich sage mal, blödsack besonderen Anlass. Und ja, dann hoffen wir einfach mal, wenn wir mal gespannt sind, bin wir auch gespannt, was da spielt am Montag. Weil wir haben ja bis auf Kalajic und kämpfen wirklich alle da. Auch ein Kaminski und ein Batschuber sind es eigentlich wieder, ich sage mal, lang genug wieder im Training, dass sie auch spielen könnten von mir gehen an. Mal gucken, ob er irgendwas ändert. Ich habe kurz am Anfang mal reingehört in die PK, aber jetzt nicht weiter. Dass es da auch Ideen gibt mit einer Viererkette und so weiter. Ich bin immer gespannt, was da spielt. Ob er jetzt sagt, nee, 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 wir haben jetzt die letzten Wochen so gespielt, jetzt schmeiße ich nicht gerade in dem wichtigen Spiel wieder auf einmal Doppel-Inverteidigung mit Kaminski und Batschuber da rein und packt dann Philips und Karasow auf einmal raus. Bin immer gespannt. Wir sind mal sehr, sehr gespannt und wie gesagt, immer wieder aufs Neue. Schreibt mir eure Prognose rein zum Spiel. Was ihr kommen seht am Montagabend, auf jeden Fall wird es eine richtig geile Stimmung, bin ich mir sicher. Kurio hatten wir ja schon in Fürth, vielleicht kommt noch mal eine, ich gehe aber jetzt nicht davon aus. Auf jeden Fall wird es eine richtig fettgeile Stimmung, weil jetzt braucht es das Team oder braucht es allgemein die Tabellensituation, dass wir jetzt mal richtig Vollgas geben. Montagabend, ja, hätte es einen anderen Tag aussuchen können, aber Flutlichtatmosphäre ist auch nicht schlecht. Volle Hütte, dann 1, 2, 3 Spieltage später kommt dann der HSV zu Hause Montagabend, der ist ja schon ausverkauft. Das wird auch eine Wahnsinnstimmung, es werden schon ein paar Knallerspiele. Jetzt kommt dann Wiesbaden auswärts die Woche drauf. Ja, an sich ein Must-Win, aber man kennt den VfB auswärts. Und dann kommt Kiel auswärts, wo ich vermutlich, oder was heißt vermutlich, da bin ich wieder in Ansbach, geht das Studium wieder weiter. Da werde ich dann wahrscheinlich wieder, da ziehe mich sicher, am Samstag um 13 Uhr eine Live-Reaktion machen, wie immer die Livestreams und so weiter. Genau, und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, so geht's und bis zum nächsten Mal. Ich möchte mich doch nochmal nach der PK, die ich mir jetzt vorhin reingezogen habe. Zwei Sachen gab es ja. Einerseits, dass Gonzales anscheinend richtig, richtig heiß auf dem Spiel ist, also gehe ich davon aus, dass das spielen wird. Andererseits, dass auch im Badstuber gut möglich ist, dass das spielt. Vermutlich, würde man ja sagen, als Ersatz für Philips. Und, ähm, dass 51.000 Tickets verkauft sind bisher, was für Montagabend richtig stark ist, aber ich ging jetzt mal, gut, es ist halt auch, blöd gesagt, nur Bielefeld, wer mal diesen HSV-Vergleich hat. Ähm, deswegen HSV jetzt schon alles ausverkauft ist nach gefühlt einer Woche oder sowas direkt. Ich hatte nochmal ein anderer Club, ein anderes Standing, natürlich logisch, aber 51 ist ja für Montagabend auch schon krass. Mal gucken, wie viele noch dazukommen. Wir haben jetzt ja Freitagabend, werde ich das hier aufnehmen. Genau, und was ich sonst nie gemacht habe, was ich jetzt mal machen will, ähm, ist so die Aufstellung, die ich nehmen würde. Ist startet hinten von Kurbel natürlich, da würde ich einfach mal dabei bleiben, bei diesem quasi im Angriff Dreierkette, in der Verteidigung Fünferkette, dann der linke Wingback macht Silas, klar, hätte jetzt den Fürth das eine oder andere Ding machen können, aber der war halt an jeder Torchance oder jeder Toraktion für uns war der beteiligt. dieses Tempo kann ihn keiner nehmen, also in Sachen Chancenkreierung ist er unfassbar wichtig, deswegen würde ich ihn trotzdem weiter beibehalten. Alternativ sehe ich da auch mal einen Sosa, der ist halt, ja, defensiv ein bisschen anfälliger, das ist halt das Problem, aber an sich ist es halt einer, der, kann ich schon vorweg nicht, dass ich Gomez vorne stürmen lassen würde, ähm, der halt im Spiel zehn Flanken bringt, acht davon sind scheiße, aber halt zwei davon sind richtig gut und eine davon kann Gomez dann reinnetzen. Das Potenzial ist halt immer da, bautlich ist es dann auch eine Einwechslungsidee, wie auch immer, Sosa starten lassen, Silas einwechseln oder sowas. Kodinov auf links ist auch eine Idee, den hatte ich aber auch auf rechts überlegt, dann in, bleibt man aber bei Stenzel, ne, äh, Philipp-Streig-Bartstuber und dann, ähm, Karasor, über Kaminski wurde ja quasi gar nicht gesprochen, obwohl der ja auch scheinbar wieder so mehr oder minder fit ist, aber gut, das ist ja logisch, der hat ja, äh, eine ewig lange Verletzung genutzt sich mit sechs Monaten, glaube ich, dann seit dem ersten Spiel gegen Hannover, hat er die, ähm, und dann rechts ist halt die Frage in dem, wie sie halt fit sind, Massimo, oder halt vielleicht ein Kolinov, oder vielleicht auch sogar ein Castro als rechter Winkback, damit er dann, jetzt haben wir dann, ähm, sechs Leute, also noch vier Positionen übrig, wenn ich jetzt gerade richtig rechne, oder? Weil dann könnte ich nämlich auf ein Problem stoßen, hier muss man noch mal kurz durchgehen, ähm, da haben wir auf jeden Fall dann Mangala und Endo, im ZOM dann, oder halt noch die Davi Mittelfeld, und dann vorne würde ich Gommes und Gonzales stürmen lassen, muss aber gerade überlegen, das kommt, glaub, auf mehr als elf Leute, die das gerade nochmal, die das gerade nochmal, mir durch den Kopf gehen lassen, kommt das auf mehr, wir haben Kobel, wir haben Silas, wir haben Stenzel, wir haben, ich schreibe mal Badstuber hin, dann haben wir Massimo, wir haben, ja genau, äh, Karaso natürlich noch, dann haben wir Mangala, Endo, Davi, Gomez, Gonzales, ne, wir sind auf elf Leute, also ich hab mich nicht vertan, Kurbel, eins, Silas zwei, Stenzel drei, Badstuber vier, Karaso fünf, Massimo sechs, natürlich hab ich mich vertan, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, hab mich nicht vertan, ja klar, wir haben auch elf Stück, okay, ja, absoluter, puh, absoluter Brain Lag, aber so würde ich starten auf jeden Fall, Kurbel hinten drin, links dann Silas, oder Tencel, auch Sosa, oder ganz, ganz, Tencel, auch ein Kulinov, der dann weiterhin diese quasi Dreierkette stenzelt und dann halt Badstuber oder Philips und Karaso, rechts Massimo oder Kulinov oder Castro und dann Mangala, Endo, Didavi und dann Gomez González will ich nochmal eine Pause geben, es ist so der Edel-Joker, habe ich echt so gefühlt, dass er als Joker zieht bei uns, so will ich rein starten, gucken wir mal, wie haben wir so ein Team, die Bielefelder verwaltet bekommt, den Sturm verwaltet bekommt, die Kopfballstärke, allgemein diese Auswärtsstärke und es ist so ein Spiel, wo du einfach nicht in Rückstand gehen darfst, du darfst einfach nicht in Rückstand gehen, das ist so, ja, wenn wir eins nur hinlegen, wie der fällt, wird es vermutlich kein Sieg mehr, ich bin jetzt einfach mal ganz hart, deswegen, das wird schon ein heißer Ritt, wie gesagt, statistisch und so weiter bin ich positiv gestimmt, aber an sich wird es schon ein ziemlich, ziemlich heißer Ritt am Montagabend, jetzt auch gerade vorhin, wenn ich das hier spontan noch drin habe, mit Freitagabend, ballert hier einfach mal Wiesbaden 6 zu 2 auswärts bei Osnabrück rein, gegen die spielen wir nächste Woche zu Hause, da kommt ja auch noch dann, natürlich der Preview-Podcast dann zu dem Spiel, aber stand jetzt, weil wir uns auswärts so saumäßig dumm anstellen und dieses Spiel klar, Osnabrück ist jetzt kein Weltgegner, wir haben da 1 zu 2 verloren, 6 zu 2 und die haben auch glaube ich in Bielefeld nicht so verkehrt gespielt, haben nur 1 zu verloren, da rechne ich uns gerade wirklich nicht mehr als den Unschieden zu oder ein in Wiesbaden, also auswärts ist echt und wenn man diese Rechnungen hochnimmt quasi oder hochzählt die Rechnungen, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als halt wirklich Real-Torkeles-Heimspiel zu gewinnen, um uns die Chance zu bewahren, weil wir einfach stand jetzt auswärts noch einfach nur zu dumm sind und damit würde ich sagen, war es dann wirklich endgültig, ich bedanke mich zum zweiten Mal in dieser Podcast-Episode fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.